Herausforderung. Herausforderung ist eine schwierige Aufgabe, eine interessante Aufgabe. Durch Herausforderungen wächst man. Es ist wichtig, immer wieder sich neue Herausforderungen zu suchen. Es ist immer wieder wichtig, auch die Herausforderungen anzunehmen, die das Leben einem gibt. Geh aus der Komfortzone heraus. Bleibe nicht im Bequemen. Mache dir bewusst, dass durch Herausforderungen du lernen wirst, wachsen wirst. Nimm die Herausforderungen des Lebens an und suche dir neue Herausforderungen. Und zwischendurch entspanne und vertraue dich Gott an.